Puppet als solches ist ein sehr mächtiges Tool. Nichtsdestotrotz kann auch Puppet von weiteren Anwendungen profitieren und erweitert werden. In Form von Open Source Projekten sind diverse Tools für das Puppet Ökosystem verfügbar. Die wichtigsten dieser Tools möchte ich Ihnen nun kurz im Überblick vorstellen. Zunächst einmal wäre da PuppetDB zu nennen. Dabei handelt es sich um eine besondere Java-Anwendung, die an einen PostgreSQL-Server angebunden ist. Im klassischen Sinne lässt es sich am besten mit einem Data Warehouse vergleichen. Denn die PuppetDB ist der Sammelpunkt diverser Daten, die Puppet Agent und Puppet Master im Laufe ihrer Tätigkeiten erheben. Solche Daten umfassen unter anderem Fakten über das Betriebssystem, die IP und viele andere Aspekte eines Servers, die Logs aus den Konfigurationsläufen, worin sich beispielsweise Fehlkonfigurationen ausdrücken können oder Konfigurationen, die vorgenommen worden sind, oder auch die Sammlung bestimmter Konfigurationswerte im Sinne eines Audits. PuppetDB selbst ist also nur eine Art Schnittstelle zu einer Datenbank in PostgreSQL-Format, die eine API zur Verfügung stellt, die von anderen Anwendungen benutzt werden kann. Zum einen vom Puppet Master, der Daten dort speichert, zum anderen von grafischen Oberflächen, die die Daten dort abrufen können. Eine dieser grafischen Anwendungen ist Formen. Im Gegensatz zu PuppetDB handelt es sich dabei nicht um ein offizielles Projekt von Puppet Labs, dem Hersteller von Puppet. Grundsätzlich ist Formen eine Form von Umgebungsverwaltung, die weit über Puppet hinausgeht. Genutzt werden kann es aber im Puppet-Ökosystem vor allem dafür, eine Web-Oberfläche für die PuppetDB darzustellen. Außerdem kann sie Konfigurationsläufe des Puppet-Servers steuern, und das nicht nur speziell für Puppet, sondern auch für andere Konfigurationslösungen wie Chef, SaltStack oder Ansible. Neben den Aspekten der Konfigurationsverwaltung kann Formen auch zusätzlich virtuelle Maschinen oder auch Container provisionieren, wie sie in Form von Docker oder OpenStack oder auch diversen kommerziellen Tools wie VMware verfügbar sind. Auf der Website von Formen kann man sich einen Überblick darüber machen, welche Möglichkeiten Formen bietet und welche Arten von Plugins bereits zur Verfügung stehen. Bemerkenswert sind die drei Grundaspekte, die Formen darstellen möchte. Zum einen die Provisionierung, die Konfiguration und später auch das Monitoring dieser Konfiguration. Eine weitere Oberfläche, die aber nicht ganz so umfangreich wie Formen ist, ist das Puppet-Dashboard. Das Puppet-Dashboard ist ein Community-Projekt und nur für die PuppetDB geeignet. Somit lässt es sich also auch nur im Puppet-Kontext anwenden. Grundsätzlich kann es auch nur für Darstellung genutzt werden und zum Durchsuchen von Werten. Es können damit keine proaktiven Aufgaben, wie beispielsweise Provisionierung oder das Anstarten von Konfigurationsläufen gestartet werden. Auf der GitHub-Seite des Puppet-Dashboards kann man die diversen Screenshots, die die Funktionalität des Puppet-Dashboards beschreiben, sehr gut sehen. Man bekommt also einen Überblick über die Server und deren Zustand, genauso über deren konkrete Werte für verschiedene Fakten, als auch eine Übersicht verschiedener Vorgänge, die auf den Servern stattgefunden haben. Das nächste Tool ist als solches kein Tool. Hira ist ein fester Bestandteil des Puppet-Masters. Es ist standardmäßig vorkonfiguriert, aber nicht in der Position, irgendwelche Änderungen vorzunehmen. Hira steht für Hierarchy und dient der Parametrisierung von Puppet-Läufen. Hierarchy, zu deutsch auch Hierarchie, macht es also möglich, mit Hira eine Parametrisierung in Form einer Hierarchie abzubilden und zusätzlich verschiedene Datendieferanten, wie beispielsweise eine statische YAML-Datei oder auch dynamische Datenbank-Server wie Consul anzubinden. Hira nimmt sich damit einem typischen Problem von Puppet-Manifesten an. Die Hira-Konfiguration sieht so aus, dass zunächst einmal eine Hierarchie abgebildet wird, die beispielsweise auf unterster Ebene Standardwerte definiert, die aus einer Common.YAML-Datei genommen werden und dann über verschiedene Fakten in Form anderer YAML-Dateien diese Konfiguration überschreiben kann. In diesem Beispiel hier also ist das Backend-YAML definiert, dessen YAML-Dateien im Ordner Hira Data liegen. In Hira Data gibt es also nun eine Common.YAML, die Standardwerte definiert. Diese werden überschrieben von dem Betriebssystem, beispielsweise einer Red Hat.YAML und wiederum von bestimmten Servern in Form des Hostnames, wie in diesem Fall db01.x.com.yaml. Wenn man also beispielsweise eine MySQL-Konfiguration damit abbildet, kann man auf unterster Ebene das MySQL-Root-Passwort definieren für die Klasse MySQL, in dem Fall 1234. Für den besonderen Fall, der Node db01.x.com.yaml, kann man dieses Passwort überschreiben mit dem Passwort sicher auf db01. In Form von Puppet-Code würde das also so aussehen, dass wenn es eine Node db01.x.com gibt, so ist dort die Klasse definiert, MySQL mit dem Root-Passwort sicher auf db01. Eine weitere Node mit dem Namen db02.x.com würde den Standardwert bekommen von 1234. Das nächste Tool der Reihe ist mCollective oder auch Marionette Collective. mCollective ist ein Tool des Puppet Labs-Projektes, aber nicht Bestandteil der normalen Puppet-Installation. Es handelt sich dabei um eine komplexe Form einer Middleware, die sich in Form von Nachrichten über Systeme hinweg austauscht. Basis dafür bietet die Implementierung ActiveMQ und es handelt sich also hierbei um eine Form von Messaging-Infrastruktur. Möglich damit ist also aktiv Anfragen gegen Server zu starten, die bestimmte Aktionen über verschiedene Server hinweg ausführen. Dazu können gehören das Abfragen bestimmter Patchstände oder das Testen von Netzwerkverbindungen, als auch die Erhebung verschiedenster Datenformen und Anstarten von Prozessen. Das Praktische an mCollective ist, dass es sich in das Puppet Ökosystem so einfügt, dass es anhand der Fakten, die Puppet anbietet, Kriterien für die Auswahl von Servern für diese Aktionen sich zu Nutze machen kann. Im Gegensatz zum Puppet Agenten gibt es hier ein Push- statt Pull-Prinzip. Der Puppet Agent lädt Konfigurationen herunter und führt sie aus nach eigenem Entscheiden, während mCollective an die mCollective-Agenten auf den Servern aktiv Aktionen schickt. Da es also einen extra Agenten gibt und auch einen extra Server, sind beides eigene Installationen. Fügen sich aber mit den Puppet Tools in Form von Integration ein. Das letzte, aber nicht weniger wichtige Tool ist R10k. R10k stellt die Schnittstelle zwischen dem Versionskontrollsystem, im Normalfall Git, und Puppet dar. Es verwaltet also automatisch Modulabhängigkeiten anhand verschiedener Git-Repositories und Versionen. Durch diese Form von strukturierter Anbindung eines Versionskontrollsystems bekommt die Puppet Umgebung eine deutlich größere Dynamik. Denn Module müssen nicht mehr händisch installiert werden, sondern werden automatisch von R10k installiert. Für diese Art von Installation gibt es eine besondere Beschreibungsdatei mit dem Namen Puppet File. In einem solchen Puppet File ist es also möglich, anhand von Modulnamen bestimmte Herkunftsorte für die Moduldateien zu bestimmen. In dem Fall also für das Modul Apache, das Git-Repository Puppet Labs Apache und ein bestimmter Tag. Sollte man ein Modul verwenden, das direkt in Puppet Forge verfügbar ist, so würde man es referenzieren über Modul, Name und der Version. Ich habe Ihnen nun also weitere Tools für den effektiven Einsatz von Puppet vorgestellt. Alle gezeigten Tools sind komplett kostenfrei einzusetzen und ergänzen sich gut mit bestehenden Puppet Installationen.